Ich heiße Hugh, ich studiere im Master Regenerative Energietechnik an der TU Immenau. Der Schwerpunkt dieses Studiengangs liegt auf Photovoltaik, thermischen und elektrischen Energiesystemen. Hierzu haben wir Vorkenntnisse in Physik, Thermodynamik und elektrische Energie. Ich habe in meiner Heimat, in Vietnam, mein Bachelor Thermodynamik gemacht und ich mache hier im Menao den Studiengang Regenerative Energietechnik, weil dieser Studiengang ganz gut zu meinen Grundkenntnissen passt. Es gibt Praktikumsversuche in Chemie sowie in Physik in Batterien und Energiespeicher. Das Verhältnis mit den Kommilitonen ist gut. Wir sind ca. 10 Leute und lernen zusammen. Ich mache diesen Studiengang, weil ich früher in meiner Heimat am Solarenergieprojekt teilgenommen habe und fand Solarenergie sowie erneuerbare Energien interessant. Ich glaube, ich liebe Umwelt, ich liebe Natur. Ich finde, erneuerbare Energien sind sehr wichtig für die Zukunft unserer Welt. Ich möchte nach dem Studium einen Job in Windenergie oder Solarenergie machen, weil hier in Deutschland bis 2050 so ein 80% Energie von erneuerbarer Energien kommen. Ich empfehle diesen Studiengang für die Leute, die die Natur und Umwelt lieben und auch für die Leute, die Grundkenntnisse in Physik und Thermodynamik haben. Heutzutage finden viele Leute erneuerbare Energien teuer und Unsinn. Aber ich glaube, in der Zukunft sind die erneuerbaren Energien die Hauptenergiequelle für unsere Welt. Mein Studiengang Regenerative Energietechnik in drei Worten Anspruchsvoll, modern und nachhaltig.